20 Euro im Monat für JetGPT, 20 für Co-Pilot, 20 für Gemini Advanced, 10 Euro hier für ein Image-Tool, 15 Euro da für Audio mit KI. Man kann im Moment jede Menge Geld ausgeben, wenn es um das Thema Künstliche Intelligenz und vor allem KI-Tools geht. Auch wir bekommen daher immer wieder von euch die Frage gestellt. Lohnt sich das überhaupt? Sind diese Tools das Geld wert? In diesem Video beantworten wir diese Fragen und zeigen euch, in wie vielen Fällen es sich überhaupt nicht lohnt, ein teures Abo für ein halbfertiges Angebot zu zahlen. Für das zig kostenlose Alternativen existieren, die mindestens genauso gut sind. Zum Ende des Videos zeigen wir euch dann auch noch ganz genau, für welche KI-Tools wir beide selbst aktuell wirklich ein Abo bezahlen. Und Spoiler, das sind wahrscheinlich weniger, als ihr denkt. Also bleibt dran und viel Spaß beim Video. Beginnen wir gleich mit einem aktuell sehr wichtigen Thema. Werbeversprechen und der Realität dahinter. Egal ob man die Demo-Videos von Google nimmt oder die Werbung von Microsoft während des Super Bowls. Bei diesen Videos handelt es sich nicht um die Realität. So hat sich bei Google herausgestellt, dass die Videos für YouTube deutlich schneller gemacht wurden. Und die Dinge, die Microsoft in seinem Werbespot zeigt, wurden bereits mehrfach von YouTubern versucht nachzumachen und konnten einfach nicht reproduziert werden. Dieses Vorgehen an sich ist ja schon mal nicht optimal. Aber es sieht auf den ersten Blick natürlich verlockend aus und kann einen schon mal zum Abschluss eines Abos bewegen. Die Realität ist dann eine andere. Und es ist einfach jetzt an der Tagesordnung, dass KI-Tools von großen Konzernen auf den Markt geworfen werden, ohne dass sie wirklich einen Mehrwert gegenüber den kostenlosen Alternativen bieten. Oft handelt es sich dabei einfach um aufgehübschte Experimente, die in einem normalen Kontext nicht über das Beta-Stadium hinausgehen würden. JetGPT ist zum Marktführer geworden, fast ausschließlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, an dem Konzerne Millionen für Marketing und Werbung bezahlen, um den Anschein zu erwecken, dass ihre Produkte das Maß aller Dinge sind. Hier muss man einfach vorsichtig sein und sich nicht von irgendwelchen schnell geschnittenen Demo-Videos blenden lassen, sondern immer noch mal selbst recherchieren oder sich bei objektiven Quellen noch mal etwas genauer informieren. Zum Beispiel auf unserem Kanal. Ein weiteres Problem, das wir mit den Bezahlversionen der Tools haben, sind EU-Richtlinien. Wir haben bei uns, ohne beispielsweise einen VPN zu verwenden, oft nicht die Funktionen, mit denen international geworben wird. Auch wenn wir natürlich die Datenschutzbestimmungen begrüßen, ist es für Endnutzer schwierig nachzuvollziehen, weshalb wir für ein eingeschränktes Produkt den vollen Preis bezahlen sollen. Gemini Advanced funktioniert zum Beispiel mit Gmail und dem ganzen Google-Programm in den USA problemlos und kann Bilder erzeugen. In Deutschland und der EU sind das Features, die momentan einfach nicht vorhanden sind. Deshalb sollte man sich an dieser Stelle auch genau informieren, ob die gewünschte Premium-Funktion in Deutschland überhaupt verfügbar ist, bevor man ein Abo abschließt. Man muss auch sagen, dass es für fast alle KI-Tools aktuell kostenlose Alternativen gibt, wenn man ein bisschen danach sucht. Das beste Beispiel dafür ist Mistral, die mit ihrem Mistral-Modell eine unglaublich fähige KI auf den Markt gebracht haben, die Google locker übertrifft und fast schon mit der Premium-Version von ChatGPT mithalten kann, was Qualität der Antworten im Chat betrifft. Natürlich hat dieses kleine französische Unternehmen keine 7 Millionen für eine Superbowl-Werbung. Dafür kann man das Modell bei Hugging Face und anderen Anbietern kostenlos verwenden, teilweise sogar komplett ohne Account. Den Link dazu habe ich euch auch nochmal in die Beschreibung gepackt. Und auch für Bilderzeugung oder Design gibt es jede Menge innovative Anbieter, die das kostenlos anbieten. Zumindest bis zu einem gewissen Limit, das für Hobbyanwender aber in der Regel mehr als ausreichend ist. Viele dieser KI-Tools haben wir auf dem Channel auch schon vorgestellt. Und auch wenn man oft kritisieren kann, dass manche davon vielleicht nicht ganz fertig erscheinen oder noch kleine Startschwierigkeiten haben, das haben 99% der bezahlten Angebote der großen Firmen eben auch. Das wird aktuell immer deutlicher. Und hier lohnt es sich einfach überhaupt nicht, dafür dein Geld zu bezahlen. Wenn ihr gerne mal von uns ein Video sehen würdet mit unseren Top 5 oder Top 10 der kostenlosen KI-Tools, dann schreibt es mir in die Kommentare. Außerdem verweise ich an dieser Stelle gerne nochmal auf unser Video zur Hugging Face, in dem wir genau erklären, wie man dort die aktuellsten und besten kostenlosen KI-Tools ganz einfach nutzen kann. Ich habe es ja im Intro versprochen. Jetzt sprechen wir noch kurz darüber, für was Timothy und ich gerade selbst ein kostenpflichtiges Abo haben. Beginnen wir mit ChatGPT. Wir haben beide einen Plusplan für den Chatbot von OpenAI. Das wird vermutlich die wenigsten überraschen. Neben dem Fakt, dass wir das für unsere Videos oft brauchen, ist das aber auch ein Tool, das uns beide überzeugt. Und wir den Vorteil für uns durch die Möglichkeiten der Multimodalität und dem Erstellen von Dateien und kleinen Python-Skripten klar sehen. Es wäre in vielen Fällen schön, ein bisschen mehr Nachrichten mit GPT-4 zur Verfügung zu haben, aber das ist auch alles. Den Teamplan haben wir in einem Video getestet und direkt wieder gekündigt. Plus reicht für 99% aller User absolut aus. Als nächstes haben wir als Unternehmen ein Co-Pilot-Abo von Microsoft. Dabei muss man dazu ganz klar sagen, dieses Abo haben wir zunächst einmal abgeschlossen, um die KI für unseren YouTube-Kanal zu testen und Videos darüber zu machen. Wer unsere Tests zu den Office-Programmen mit Co-Pilot gesehen hat, hat auch mitbekommen, dass wir nicht überzeugt sind. Die Integration in Microsoft 365 ist bisher sehr enttäuschend, was sich natürlich ändern kann, aber aktuell würden wir dieses Abo nicht empfehlen. Wenn es nämlich nur um den Co-Pilot-Chat im Web oder auf dem Handy geht, kann die kostenlose Version absolut mithalten. Auch hier bekommen wir GPT-4, Bilderzeugung, Vision. Die Pro-Version bietet hier keinen entscheidenden Mehrwert. Wenn wir jetzt schon über JetGPT und Co-Pilot sprechen, darf der dritte im Bunde nicht fehlen. Bart bzw. jetzt Gemini Advanced. Hier muss man dazu sagen, dass wir bis jetzt natürlich nicht dafür zahlen. In unserem Ankündigungsvideo zur Premium-Version haben wir ja gezeigt, dass man zwei Monate umsonst bekommt. Die nutzen wir aktuell. Und auch hier unsere ehrliche Meinung. Sollte sich an der Funktionalität und Qualität in diesen zwei Monaten nicht entscheidend etwas ändern, wird das Abo bei uns vermutlich wieder auslaufen. Und damit sind wir eigentlich schon fast durch. Einen haben wir aber noch, das wird vielleicht manche überraschen. Wir haben nämlich auch ein Abo bei Eleven Labs, dem Audio-KI-Tool, das extrem echtlingende Stimmen aus reinem Text erzeugt. Und bevor jetzt Kommentare kommen, ob wir überhaupt noch echt sind, bis zum heutigen Tag ist Eleven Labs in keinem einzigen unserer Videos zum Einsatz gekommen. Das wird sich vermutlich bald ändern, aber nicht in der Art und Weise, wie ihr vielleicht denkt. Wir haben ein paar Experimente mit den KI-Stimmen vor. Diese werden aber natürlich klar kommuniziert. Und wenn ihr KI-Stimmen bei uns hört, wird das selbstverständlich auch so angezeigt. Wenn ich jetzt alle diese Abos zusammenrechne, dann kommen wir im Moment auf einen Betrag von ziemlich genau 100 Euro pro Monat für uns beide zusammen. Selbst das finde ich eigentlich schon ziemlich viel. Man muss aber bedenken, dass wir eben auch Videos und Kurse zu diesen Themen machen. Und diese Ausgaben sind ein Teil unseres Geschäfts. Das kann man nicht eins zu eins mit privaten Ausgaben vergleichen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte ich persönlich vermutlich einfach nur mein JetGPT-Plus-Abo und das war's. Für alles andere kann man mit kostenlosen Tools experimentieren, sehr gute Ergebnisse bekommen und wenn man dann etwas wirklich braucht, kann man immer noch nach einem Premium-Tool genau für diese Anwendung schauen. Ein gutes Beispiel an dieser Stelle ist der Co-Palette von GitHub, über den ich von vielen Freunden nur Gutes gehört habe. Dabei handelt es sich um ein KI-Tool, das Softwareentwickler und Entwicklerinnen bei der Arbeit unterstützt und dadurch einen echten Mehrwert bieten kann. Aber eben für eine bestimmte Zielgruppe mit einer spezialisierten Anwendung, für die es nur wenige kostenlose Alternativen gibt. Wie siehst du das? Zahlst du für ein oder mehrere KI-Tools? Und bist du der Meinung, dass es sich für dich lohnt? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über Likes für das Video und Abos für den Kanal, wenn du nichts mehr zum Thema Künstliche Intelligenz verpassen willst. Mein Name ist Johannes Ruf, bis zum nächsten Mal.